hallo leute einen wunderschönen guten tag zusammen ich habe mir was neues bestellt für meinen youtube-kanal und zwar kannst du die brauchen für die video days ich zeige euch das jetzt einfach mal und 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 Musik Das sind einfach mal 500 Visitenkarten, Leute. Ist das nicht geil? Wir sehen mal hier das Banner oben drauf. Das ist richtig geil geworden. Das ist sowieso schon auf meinem YouTube-Kanal präsent. Aber ich finde, hier auf der Visitenkarte kommt das wieder richtig zur Geltung. Noch mal schönen Dank an Kreativ. Du hast mir den hier erstellt. Da siehst du mal, die Arbeit hat sich doch gelohnt. Ich finde das gerade richtig geil. Auf der Rückseite habe ich das hier gemacht. Das Logo in schwarz. Da kann man dann mal unterschreiben oder so. Das sind meine ersten Visitenkarten in meinem Leben. Ich hätte sonst nie welche gemacht, wenn ich einen YouTube-Kanal hier nicht hätte. Hätte ich niemals Visitenkarten gemacht. Ich wüsste nicht warum. Ich finde, hier steht auch alles wichtig drauf zu meinen Blogs und meinen YouTube-Kanal. Simon Friedrich. Einfach eingeben. Ganz einfach. Wenn ihr euch jetzt fragt, was habe ich dafür bezahlt. Das sind 500 Stück. Ich habe 39 Euro dafür bezahlt. Danke nochmal an Kreativ. Der hat den gestaltet. Der hat mir damit sehr gut geholfen. Und das sieht richtig geil aus. Der kriegt auf jeden Fall einen davon. Damit ihr meinen Kanal immer findet. Macht schon Spaß. Sehr geil. Also spackt jetzt ein, bevor ein Windstoß kommt. Dann sind die gleich irgendwo da unten. Macht gut Leute. Ciao. Abonniert wieder. Ich freue mich. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. 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 Tschüss.